Du weisst, es ist Sonntag. Willst du heute noch ein bisschen ausschlafen? No resting for me. Why not? Endurance day. Sunday is as you know. Endurance day, 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 was auch immer. Ha, weder, wie immer, sehr viel Glückheit und so ein Gerät hier hat. Er macht 14 bis höchstens 20 Kalorien. Was ich vergessen zu sagen, es ist ein Emom und zwar es geht 16 Minuten lang. 16 bis 20, 10 bis 16 Kalorien ist die gelbe Variante. Er hat jetzt 20 gemacht, dann hat er noch 10 Sekunden Pause. Dann kommt hierher 50 bis höchstens 75 und dann benötigt er es. Und dann hat er noch mal 10 Sekunden Pause, dann macht er 16 bis höchstens 24 Alternating, dann bis nächstes. Und schon hat er 24, 10 bis 16. Let's roll Burpees over this dumbbell. Und nach 16. 13. Eine Station, zweite Station, dritte Station, vierte Station. Gibt vier Minuten. Das heisst ihr macht das viermal durch. Dürren. Jetzt 16. Dann macht ihr vier Minuten Pause. Und dann überlegt ihr, ob ihr eine überschätztheit in der ersten Runde und die Raps runter scaleet oder ob es viel zu gemütlich war und die Raps hoch scaleet. Und dann macht ihr das Ganze nochmal durch. Das ist戒脏, das inhaltbar. cynische Kriterien, wir können knowen, anfangen. Spätternahun überhaupt nochhay. 3- 3 3 4